Und damit willkommen zurück zu Broforce mit dem Kevin, der... Hallo! Ich bin da links. Ja. Wir sind Walwerde. Wir müssen die Regierung mit unserer Feuerkraft schwabilisieren. Go, go, go! Bedrohung mit der Pupur. Feuerkraft schwabilisieren? Ja. Wir müssen schwabilisieren. Schwabilisieren. Ach so gesehen. Hallo, ich bin fertig. Ich darf das. Ach so. Ups. Aha. Oh Gott, der hat einen Raketenwerfer. Das ist ein neuer Gegner. Ich muss den Wasserkochmaus machen. Hi. Oh. Lach nicht so. Hä? Oh. Komm mit. Hallo. Ich bin hier, um Gras zu mähen. Das mach ich ja wirklich. Lol. Okay. Oh. Schlechter Winkel. Okay. Katzenzungen. Oh. 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 Dankeschön. Ey, du. Fuck. Genau dann würde ich X drücken. Ne, ich hab... Ich hab raus. Verdammt. Beiner hättest du es geschafft. Hallo Beiner. Ah, ich hab Peitschen-Joe wieder. Ist sie schon tot? Ah! Hä? Äh. Ich werde, wir laufen ganz nach rechts. Und dann müssen wir ganz nach links laufen. Weil die dann alle leben. No. Aber du hast wieder den, der... ...den man keine Ahnung hat. Äh, lol. Lol. Hä? Ich versteh ihn. Komm mal mit. Ich dachte, damit kannst du über... ...übernehmen, Leute. Ja. Tschüss. Wow. Hä? Hä? Damit kann man Tote übernehmen. Ja, moin. Oder kannst allgemein Leute übernehmen. 3, 2, 1... Hm. Ich glaub, das ist Läuble, Wagi. Ich glaube auch. Normalerweise sollte das nicht geschehen, dass man... ...naja. Vorsichtig. Danke. Oh Gott, du bringst das Spiel zum Lägen. Au. Okay. Alienhunde. Ja, okay. 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 Tschüss. Okay. Hi. Au. Tschüss. Der Scheiße Explosion ist fast da unheimlich. Okay. Auf Wiedersehen. 3, 2, 1, go! Oh Gott. Durch den... Oh. Ich... Ich... Glitsche mich durch die... ...ganzen Welt. Oh, tschüss. Aua. Okay, tschüss. Save me, please. Danke. Äh. Ah. Das ist grad bei der Katze fertig gegangen. Ach, ich bin hier unten, lol. Ja. Tschüss. Ich hab auf dich die ganze Zeit geachtet, ey. Toll. Wir haben auch schon passiert. Ich rette dich schon, keine Sorge. Hi. Hallo, was ist das für ein Spiel auf einmal? Mass Effect. Ich muss dich von der linken Seite retten. No. Ja, ja. Ja. Oh. Ich hab... Cherry Brownling. Ach, du hast schon wieder jemand Neues. Wieso hast du die immer als erstes? Oh Gott. Ah, ich hab das Slowmotion-Ding bekommen. Die ist ja mal mega kacke. Nein, das... Du schießt nur nach unten. Was? Deine J ist ein... Du machst... Deine Nahkampffähigkeit ist... Du machst ein Salto, schießt dann in alle Richtungen. Denn B ist ein Raketenjump. What? Du kannst dich ein bisschen hochboosten mit der... Mit dem... Äh... Schießen. Aber du kannst nur nach unten. Okay, what the fuck? Was ist denn der Scheiß denn? Das ist mega kackies. Kackies, yes, 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 yes. Die Legi. So viel Explosionen, ey. Ich schaffe es schon hier lang. Aua. Okay. Schön, dass du jetzt so viele Leben hast, ne? Yippie, oh je. Die sind schon tot. Achso. Wenn du rennst rechts unten. Oder so. Schaffst du das schon. Na, danke. Au. Das war der Nahkampf, wo nicht die... Die Kugeln. Okay, äh. Ach du Scheiße, die können klettern. Du bist unverwundbar in dem Modus, okay. Nein, die haben mich nicht angegriffen. Soll? Kurz bevor die da waren, habe ich meine Fähigkeit eingesetzt. Bei mir waren die schon auf dir. Nee, bei mir nicht. Denn es ist so leicht asynchron gewesen. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das dadurch. Darunter, danke. Cherry Brolling. Cherry Brolling. Okay. Weil ihr Beine Waffe ist. Ah. Oh, das konnte ich dir toll ausprobieren. Danke. Alter. Wow. Wow. Ah. Hui. Überraschung. Oh. Ich habe mich selber überrascht. Nämlich gestorben bin. Führt einfach alles. Genau. Einfach töten. Gut gemacht. Ich meinte aber nicht dich töten. Erst versuch mal jemanden zu übernehmen. Lol. Aha. Aha. Lol. Now it makes sense. Jetzt ist es runtergefallen und ist dran gestorben. Loh. Loh. Ich habe zwei Heroes. Oh mein Gott. Solange die Leichen nicht zerstört werden, ist alles in Ordnung. Ja. Ja. Das ist Crawler. Boah. Oh. Nein. Genau. Ja, ich werde gegessen. Ich bin Skelett. Ich bin Minecraft. Ja. Ja. Wow. Ich bin schon wieder tot. Weil du immer sterben musst, ey. Dieses kleine Ärmchen. Toll. Ich bin selbst gestorben. Keine Ahnung. Geh weg. Ich muss schon sagen. Föde ihn einfach da oben. Nein, den ganzen Obrigen. Einfach hochrennen. Genau. Super. Super. Die Bieter Freiheit. Einfach überspringen alles. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Oh, keine Mission. Geil mal ein Satz. Alan Ripbro ist tief im Gebiet der Außerirdischen auf einer Mission zur Säuberung ihrer Kolonie. Oh nein. Betrohungsmeter Shedder. Ach die, Alan Ripbro. Die mit dem Rocket Jump. Ne, hä? Ach ne, das ist der. Ah, okay, dann ist gut. Wow. Einfach, sterb da. Ah, bis dahin kann ich mir mal was zu trinken holen, das hab ich vergessen. Mach das, viel Spaß. Oh Gott. Das wird jetzt nicht lustig. Das war nochmal. Achso, sein Nathan. Okay, explodiert einfach nur alles. Hilfe. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, toll, jetzt. Ah, steigen wir mal hier. Ja. Lass dir mich in Ruhe, bitte. Oh, jetzt bin ich da. Moment, da ist noch. Ich hab mich oben gewundert, was, was geht denn da jetzt bei mir ab, aber es vibriert einfach alles und das macht erstmal richtig schön an dem Blech von meinem PC. Ja, komm, klettert hoch, ist mir egal. Komm doch, bei Fuß. Der, wie kommt er noch? Aua. Ja, du musst jetzt rechts rüber, weil die spawnen jetzt endlos. Ah. Ja, die explodieren. Die explodieren, richtig hart. Dann. Gehen sie durch. Ja, dann muss ich nach rechts durchschießen, genau. Rechts oben. Achtung, Stein. Ah. Kann zerstören, okay. Ah, das ist eine Falle. Ja, hättest mich retten können, ne? Ja. Ripp du. Head grabs. Wow. Wahrscheinlich muss man da nahe Kampfen haben bei den Viechern. Scheiß, Stein. Die hab ich jetzt auch nicht kaum gesehen. Okay, man darf diese Stützen nicht zerstören. Oh, na, durch. Achtung. Oh, na. Easy. Einfach unten runter lang gehen. Oh, fuck. Ah. Verdammt. Dieser Scheiß-Säure, ey. Einfach hier unten drunter lang gehen. Hier ist alles sicher. Und ihr geht weg. Ich will noch versuchen. Na, kommt man noch weiter runter? Nee. Ja, immer weiter. Ja, sehr schön. Ja. Huh. Kriegs Vieh. Er kommt, macht irgendwo da eine scheiß Attacke hin. Au. Rette mich mal bitte links. Wieso sagst du au? Du bist nicht gestorben. Alter, ich hab auf dich geachtet wieder. Nein, nein, nach links. Links kannst du mich retten. Da ist ein Käfig. Ey, ich hab doch gemessert. Warum bist du da... Mann. Hast du das kleine Vieh nicht gesehen? Doch, hab ich. Mann, was ist denn hier das Ziel? Keine Ahnung. Aua. Hä? Ah. Wieso wird da links immer noch was angezeigt? Mir nicht. Ja. Ja, bist du mir tot. Wenn die auf den drauf sind, muss man dann messern? Keine Ahnung. Hilft auf jeden Fall nicht. Ja. Hätte ich gedacht, dass das hilft. Muss man die vielleicht mit dem Feuer töten? Gute Frage. Dann mach ich die ja mal wieder. Die Attacke. Geht weg. Geht nach links. Ach, rechts. Links, ja genau. Jetzt sehe ich nichts mehr, Eski. Musst du hochspringen. Ah. Jetzt werde ich vom Stein erschlagen. Okay, das Ding ist hartnäckig. Tötet irgendwas. 3, 2, 1. Hm. Ja, Steine. Einfach hier unten runter lang gehen. Lalalalalala. Wir schaffen das schon auch. Keine Sorge. Ich weiß ja nicht, was das geht. Und geht weg. Oh, lass die kleinen Viecher mal da hin, zu dem Ding. Passiert doch nichts. Ah. Muss nach oben. Kurz. Ja, oder auch nicht. Tschüss. Komm ich hier? Nee. Muss man das irgendwie runter oder so? Ja. Was ist? Oder muss man da irgendwo rechts an die Wand hoch? Achtung, Steine. Wahrscheinlich ja. Ja, komm. Geh weg. Danke. Das Vieh ist tot. Leben. Oh Gott, wie soll man denn da sonst hochkommen? What the fuck? Ja, an den Eiern hoch. Alienphäromone. Okay, freigeschaltet. Okay. Okay. Eier. Hallo Dustin, das Level ist wohl schwer. Ja, das Level war... Au. Zeuchendisplay. Statt der Terroranzeige haben wir jetzt ein Zeuchendisplay. Okay. Ich würde sagen, das war es für die Folge. Vielen Dank für's so sehen. Wir sehen uns in der 12. Mission wieder. Also in der nächsten Folge. Bis dahin. Schirio. Tschü, tschü, tschü.